Hey Jungs, was sagst du eigentlich zu den Oscars? Überraschend. Warum fragst du? Na ja, an dieser Stelle heißt es in diesem Artikel, dass ich zumindest eine Frau sehr um... Ich hab gerade was Interessantes zu den Oscars gefunden. Ich wollte es Basti sagen. Oscars? Ja, die waren überraschend. Eben, darum geht es ja. Was denn jetzt? So um die Oscars also. Ja, und zwar... Das Tempel wieder anmachen ist ausgegangen. Oscars. Oscars. Stimmt, dazu haben wir mal ein Video hochgeladen, ne? Ich guck mal, wie das so ankam, ne? So. Also, hier steht, dass Nomadland auf dem besten Weg war. 400. Ähm. Nein. Nomadland sollte nämlich in den Kategorien Kamera, adaptiertes Drehbuch, Regie und Film gewinnen. Aber am Ende waren es drei und nicht vier. 100. Bruder, Alter, was hast du denn am Hut? Ein Film kann keine 400 Oscars gewinnen, Mann. Es sind ja auch 402. Ja, auch das ist nicht möglich. Geht es ja eigentlich noch um die Oscars? Basti, was ist das mit deiner 400? 100. Machen wir ein Special dazu, Leute? Nee, Leute, wir machen eins, wenn wir 500 haben. Na? Na, jetzt haben wir ja die 400 verpasst. Jetzt sind es ja 402. Aber wir können doch wenigstens drauf anstoßen, oder? Natürlich. Ich hole das Bier. Nun denn, auf den nächsten 400, ne? Im Namen dieser drei Idioten möchte ich mich, natürlich auch in meinem eigenen, bei euch allen da draußen bedanken. Ich meine, 400 Abonnenten, Wahnsinn. Ich habe diesen Kanal jetzt seit dem 16. Dezember und, ja, insofern gerade mal ein paar Tage mehr als vier Monate. Und ich bin schon bei 402 Abonnenten. Und ich muss sagen, wow. Es freut mich zu sehen, dass mein Content dann doch so gut ankommt und dass ich euch damit erreichen kann. Ihr seid die Geilsten. Ihr seid die Größten. Am liebsten würde ich jeden Einzelnen von euch da draußen jetzt drücken. Und zwar richtig, richtig doll. Aber ich glaube, das ist nicht möglich. Einfach Corona lässt es momentan noch nicht zu. Aber wenn Corona dann vorbei ist, dann weiß ich, was ich machen werde. Auf jeden Fall nochmals, nochmals. Ich komme nicht darauf klar. 400. Danke. Ich bin heilfroh. Danke für diesen Support. Ihr macht mich sprachlos, Leute. Also, wir sehen uns am Freitag wieder. Und bis dahin wünsche ich noch ganz viele schöne Tage. Und bleibt gesund, meine Freunde. Bis dahin. Euer Basti. auch noch viel shit. Danke für nämlich. Das war. Im. Das war. Dienste.